ja warte ja warte und wieder recht herzlich willkommen zu voll aus 76 mit dem schlagenden postboten wie laxo lp hallo dann sexy volke hallo freche bande psycho dead im golfer und der lexi der lexi lexi hallo ja ich konnte angeflitzt also wir warten und dann wollen wir was wollen wir hier wir wollen alle zusammen in die sauna da oben und dort ein absolutes gruppen foto machen und zwar splitter faser da geht ja eh nicht weil du den slip ja immer noch anhaben ja den dreckigen schlüpfer der dreckigen schlüpfer das hört sich meiner meinung nach auch schon sehr schlüpfrig an er stimmt schaut man hier nicht rutschen kann wie in gewissen anderen spielen das a steht dann was du machst weißt du nicht was ich wollte ich meine nicht so lexi ist auch damit mit deinem bergarbeiterhelm hier mit dem helmen musst du gruben hauern so einmal da rein zack funktioniert aber nicht ja ja ist klar zeiko superfrau ja bin unterwegs ich hab dich vorbeifritzen sehen keine ausflüchte mehr alles gut ich bin da ich bin da bis man die kinder alle zusammenkriegt hier es ist wahnsinn das ist wahnsinn sehr gut ich habe zwei fusionskern gefunden ich habe zwei fusionskern gefunden ich habe zwei fusionskern gefunden wo schießt ihr euch denn zum ab hm seid ihr schon wieder da oben und da drüben und da drunter und da oben ich höre sie doch die ganzen gegnerischen auch oh eine legendäre kontronwache haben wir jetzt zwei kleine legendäle wäschig ich denke an die gehen hoch wenn du mal feststellt ja 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 oh alle sind wie verdammt der geht irgendwo los weiß auch nicht was da los ist ist das okay ein solcher gott bin ich versorgt warte ich muss mal heilen wo ist dieses solchen der volker denkt nur an den saunaklub ich hab die noch nie gesehen ja wohl ein leuchten da sehen ein leuchter leuchter ein leuchter ein leuchter leuchten hat er schon wer und position und hier und rade w nein das will ich nicht was jetzt eben ich habe eigentlich die lumpe das ist ja durchgehen bei einem jacuzzi und entspannen ein bisschen sehr schön ist aber nicht gemeint das weiß ich weiß ich weiß aber cool ist es auch aber cool ist es trotzdem oder das ist ja das ist klar ich habe aber nicht die idee folge hat die idee viel viel früher gab ich bin also völlig unschuldig und ich würde auch niemals auf die idee kommt ich doch friedliche kameraden ich glaube da muss man noch ein bisschen höher zu diesem zu dieser sauna ich glaube ich war ein foto ja alle drin bleiben alle rein und foto das sieht so geil aus ohne quatsch ist ihr müsst zu mir ich danke euch hast du ja ich habe ja ich komme nicht raus weil ich zu ich bin weil du immer handelst wenn du springst ja los das ist jetzt geht's jetzt geht's ja jetzt geht's ok wo ist denn der fettnis raum oder lexi ist der lexi wo ist er denn der wird mir angezeigt der fettnis nicht der fitness genau da kann man sich trainieren und das ist auch eine gute idee alles zusammen hier ja ja oder wo ich meine rüstung ausziehen ja du kannst aber keine fotos mitmachen doch da kann man du kannst leute ihr könnt ja herrlich das sind coole fotos der nächste bitte ich habe schon ein foto gemacht das macht voll spaß das ist die letzte mode der letzte schrei aus paris also waren guckt mal genau zu wenn ich bei einer roten kreuzige trau was da passiert da spritzt blut oder ja das stimmt ja ja tatsächlich das stimmt na ja tatsächlich heftig okay die spielkugel habe ich das sind habe ich den bräuchten oh shit vorkars habe ich gesehen oh boof mr boof schrot mal suchen ist noch irgendwas drüben nein ist nicht Das ist gut. Das ist gut. Ne. Schmerz. Leute, guck mal. Billiard spielen. Neo hat das Teamfeld. Alles klar. Ja, ich muss da coachen. Alles klar. Gleich wieder da. Okay, bis gleich. Gut, du spielst jetzt Billiard. Ich stoß an. Ja, okay. Warte. So. Los. Cooler. Los. Ja. Ja, ja. Das ist wichtig zu fliegen. Cool. Ah, cool. So, die vier sind in die Tasche. Warte, warte, warte. Hier. Nein. Warte, hier macht's mal so, hier ist besser, oder? Ja. Und haut hin. Alle gemischt. Ja, die Würfel sind gefallen. Na gut. Die Würfel sind gemischt. Also, wir haben hier keinen Quatsch drauf. Ich muss sagen, das ist ein sehr seriöses Gameplay, was wir hier machen. Immer, immer. Warte, wir kommen darauf. Wo ist die Sauna? Ich will in die Sauna. Die muss doch auch hier auf der Etage sein. Und? Wo hier war die doch? Weil hier ist doch der Fitness-Room. Die muss doch hier auch die Sauna sein. Und die abgelegenen Ecke und vor. Aber diese komische Toiletten habe ich auch nicht gefunden, wo wir gestern drin waren. Die würde doch mal in die Ecke tiefer gehen nochmal. Das kann auch sein, aber die müssten wir noch wieder finden. Also hier ist der Konferenzraum. Zeigungsgeräusch hier. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört mit seinem Flammenhammer da. Ja. Ja, ja. Stimmt. Ich habe die Küche gewonnen. Ich habe schon länger meinen Hammer nicht rausgeholt. Das dachte ich mir. Oh Mann. Hier ist also definitiv eine große Suite. Die Sauna, die muss doch hier irgendwo sein. Ich bin gerade in der Suite. Bei Nonke in einer großen Suite hier. Hier ist eine umkleide. Hier ist das. Ich habe, ah, ich habe die Sauna gefunden, Leute. Quinsel, wink mal. Sehr gut. Herr Wink. Doch, doch ins Höhe. Da. Das hier ist eine Sauna? Das ist eine Sauna. Das ist eine Sauna. Okay. Oh, ist noch. Ne, ne, andere Raum. In-Einladung, bitte. Ach, hier in der Dusche war ich erst gerade, aber an die Holzwand. Da habe ich gar nie geguckt. Geschickt. Danke. Sehe ich nicht, wo ihr seid und kann nicht zu euch kommen. Sehe ich euch wieder. Ach, ja. Ah, cool. Mh, mh. Mh, mh. Mh. War klar. Scherzbrust. Wie machen die sich alle nackig? Klar. Okay. Wie ist der Dunkel hier? So, Sonnenbrille, Heißtuch. Das ist so geil. Oh, Volker, setze hier. Das ist so der Hammer, ey. Und auf jeden Fall wieder ein Bild machen, ey. Das ist ja der Knall. Ja, da rum, ja. Wir brauchen mehr Licht. So. Ich mach mal. Nicht, dass der ganze Dampf hier erreicht. Ist der der Hammer, ey. Alter. Oh, nee. Nee. Hier müssen wir mit Dichter zusammen geht nicht, ne? Doch, dass ich muss hier in die Ecke schade. Oh, hier kann ich mich hinsehen. So, jetzt. Von der Seite. Oh, aber leider ist es nicht so. Warte, ich mach das ein bisschen heller machen. Beleuchtung. Beleuchtung. Helligkeit. Helligkeit hoch. Sättigung. Kontrast. Kontrast. Helligkeit. Oh, wie sie alle schwitzen und atmen, ey. Wer schwitzt? Oh, wie sie alle schwitzen und atmen, ey. Wer schwitzt? Ist hier gar keine schwitzen. Ich muss von hier oben noch eins machen. Das ist so. Das sieht gut aus. Hahaha. Es ist genial. Es ist echt genial. Kann man da noch nehmen? Ja, auf jeden Fall. Ich hab auch viele Bilder gemacht. Oh, klar. Oh, klar. Boah. 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 Oh, verdammte. Oh, verdammte. Auf, wie sie schwitzen, ey. Jetzt steht der erste auf, macht nen Aufguss. Oh, ist das so geil. Jaaaaah. Jetzt leuchte ich euch ein, ja jetzt wieder nicht. Warte. Warte. Verdammt, ey. Oh, ist das geil. Bei den beiden Mädels hier. Hahaha. Warte mal, ich mach mal hier. Wen belly so rum steht, das ist auch cool. Du stehst in der Glut. Ah, mit deiner Kamera in der Hand geht's besser, ne? Ja, ne? Das macht doch so Krach. Ach, sind gerne hier fokussiert. Mark, kannst du dich da hinten hinsetzen mit auf die Bank, weil ich hier hinten in der Ecke versuche ich mal, ob ich euch alle raufkriege. Hierzu? Warte mal. Wen haben wir jetzt? Volker? Wer ist denn da noch draußen? Mach da draußen Krach. Ich habe schon ziemlich gute Aussichten hier. Einmal links, einmal rechts. Das ist schon okay. So ist das gut. Psycho muss ich bloß umdrehen. Du stehst in der Glut. Nimm uns weiter da hinten. Du stehst ja zu mir. Jetzt. Ja, ich kann mich so hinsetzen, aber ich kann leider nicht näher kommen. Das ist voll blöd. Das ist schade. Alles gut. Okay. Boah, ich habe schadereiche Fotos geschehen. Genial, Leute. Ich auch. Ich auch. Es ist klasse. Es hat Spaß gemacht. Ja, war ein cooler Trick hier. Ja, ja. Das hatten wir uns gestern vorgenommen, deswegen. Das sieht auch so echt aus, ey. Hat der irgendjemand einen Molotow Cocktail dabei? Was, warum? Ach so. Die könnte man ins Feuer hauen. Ja, ich habe ihn sogar. Ich schlafe jetzt auf Spaß erstmal so rum. Ganz ehrlich. Das wissen wir. Ja, die ist ja auch. Ich wollte noch das Feuer anzündigen. Warte mal, warte mal. Warte mal, stell euch mal alle hin. Ja, setzt euch mal da hin, bitte. Einer ist tot. Lexi ist verstorben und brennt hier vor sich hin. Ich lasse mich mal auf dem Fußboden liegen. Sieht da schön aus, oder? Ja. Da ist der erste Ohnmächtige. Oh, heftig. Der drängert mich hier weg. Den kann man nicht mal beleben, ja. Nee. Ich bin's schon. XX bin ich schon. Guck mal, wie die Kannibalen da drauf stürzen auf das. Da guckt ganz gut gerade raus. Also die Fotos schenke ich bei Instagram auch rauf. Das ist der Hammer, ey. Okay. Schön. Musst du dann so einen Titel, heute, gemischte Sauna. Ja. Das ist so geil. Heute Sauna gemischt, ja. Böse Falle. Also echt genial. Wir warten hier, dass du deinen Loot wiederholen kannst. Du, den wenigstens drunter, welches Auge und wo? Es ist klasse. Ich warte ja nur bei einem Bestestabiss in einem Atomschocker, um die Dessous oder sowas noch reinkommen. Ja. Dann wär bestimmt lustig. Mein Nettel ist total dörrig, wenn du siehst. Stimmt schon. Du musst dir mal was zum Futter entgeben. Du müsst'n mal was essen, ne? Ja, irgendwie. Jungen. Ja, ja. Bin ich jetzt wieder vollständig? Ja. Jetzt seh ich wieder gut aus. Hey. Bitte werfen wir eine Münze ein. Außer Folge. Bitte werfen wir eine Münze ein. Und Neo. Hey. Das sieht aus, als wenn wir von Amazonen angefallen wären. Ja. 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 Oh, Lexi ist auch ganz so cool. das ist doch nicht ganz durch da muss noch ein bisschen eine runde in rauch hängen können wir so wie die kamera verpackt ich kann hier auf ego-perspektive umschalten event höhlen grillen horde in es was die wände würden was er schiebt er schiebt ja hier unten ist wirklich so dreckig jedenfalls ja wie sieht es aus hier freilandhaltung ja du schläfst in kleidung oder was aber wenn wir jetzt mit dem scotch kämpfen werden dann ziehe ich auf jeden fall lieber was an ich habe keine meine ich finde das wird wirklich völlig überbewertet ja will ich nein ich habe habe ich schon gelöhnt ist niemals das halte ich als halte und gericht gerügt gerügt gericht ein gericht was machen wir jetzt ich denke mal da würde es einen haufen herzen geben so ein akt und gett müssten wir machen aber nicht mal da wo jetzt freilandhaltung ist ein bisschen fett finde ich ja okay aber bei sowas harmlosen aber das machen wir im nächsten video ja ich gut ich finde wir erst mal da und wer reitet vor weil ich gar nicht weiß wo es hingeht ich bin schon da alles klar sehr gut folge hinterher quatsch wirack so acht oder am sumpf okay ziemlich weit im osten du kannst du kannst wieder mal nicht schnell reißen weil du wieder mal zu adipo ja ich auch ich glaube dass ich weiß auch warum denn die italien und es mir leider bewahrt war gerundet die rennen nicht einfach los ja ja ganz schlimm ich kann ohne ich kann ja erweisen wenn ich meine rüstung ausziehe meine popfer rüstung also gut mein spiel ist aber hier die wenden schon mal gesagt das zeitgespiel abgestürzt ist leute wenn ich meine power rüstung ausziehe dann kann ich mehr tragen ich verstehe auch nicht warum der rucksack in der rüstung oder warum weil du hast ja trotzdem um ich bin warum fragst du ich bin leichter geworden ich habe gerade in der karte geteilt warte mal jetzt muss ich erst mal gucken du hast eine karte geteilt sowas ja toll besser eine habs ist ja also eine lebt da wird es aber knapp jetzt ja auch knapp ja muss nur auf den folgern ja die will die doch hier unten naja auch nicht was soll das da so ist denn communist target acquired nein die anderen sind auch zugelegt stärker kommt nicht wie war das gestern und legendäre nein super mutan ich hätte das gerade als so ich bin da jetzt haben wir das das jetzt euch da oben sollte ich muss erst mal ein bisschen fett abspecken hier ich habe ich schleppe zu viel rum des brustteils fallen stelle ist mir an die salna gehen wissen ja quincelein bin der an der das im rl wenigstens helfen würde aber 300 200 was habe ich denn jetzt schon wieder zu viel gekriegt was so ich habe die karte wieder ausgemacht alles klar ist wieder drin dankeschön jetzt kann ich auch laufen ich weiß nicht weil ich muss noch spaß nimmt nimmt die richtige route die stadt wird ein stadt manche fd deutschland hier der kommt aus deutschland sehr gut ich bin beigetreten alles klar das hat hingehauen eine kuh leben noch hat er gesagt eine lebt noch und das hat man knapp über die hälfte aber hat nichts ich glaube das sieht nicht aus ich bin noch mal dros gegangen was ist denn jetzt oder wieder hier der leckse steht hier vorne ist los alles klar ok das war heftig die toberer der hängt fest der klemmt hier fest der blieb der blieb der blieb das lässt sich fast auf die kuh auf Demokrasie will never be defeated. Ich hatte da gerade sein Gesicht verloren. Toll, eigentlich ist du mitgeschlagen, ich bin bei mir. Ja, logisch, weil die Kuh kogelt. Ja, die Kuh ist tot. Ah, scheiße. Ja, dann ist klar. Weiß ich. Egal. Abgeschlossen. Schöne, ein Kriegsbrot. Ich habe mal 20 Atoms gekriegt. Das hat sich schon mal gelohnt. Aber wenigstens das. Ich glaube, das stimmt. Ich habe eine total brachiale Waffe gekriegt. Ich habe einen rüstungsdurchdringenden Hightech-Superbox-Handschuh gekriegt. Ich habe mich gar nicht eingeholt. Super-duper-Schlagstopp. Ich habe mich gar nicht eingeholt. Also vor Freude kriege ich mich gar nicht eingeholt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich habe den mit einem Spitzhage gar nicht. Ich habe total hier. Tesla-Gewähr. Naja. Das macht Strom. Das kann Strom erzeugen. Hast du es noch nicht bewusst? Da kannst du deine Glühlampen mit deinem Camp mit betreiben. Ich muss nur eine Batür reinstecken. Dann macht das Strom. Schiebt kurz Fleisch. Das ist aber ganz schön... Das Zeug ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß. Ganz genau, ja. Badewannebauplan. Den habe ich noch nicht. Da habe ich noch eine Kochstelle. Ja, wir haben ja irgendwo einen, das weiß ich. Äh, wo war sie denn? Oh, ich kann ja noch mal. Ah, das ist ein Verwuchtsstimm. Stachel. Na klarer Knochen, das ist wegfallen. Ich habe wesentlich mehr Lebenspunkte gerade. Das ist sehr gut. Die Karte ist noch schlecht geteilt. Zack, zack. Und, äh, Stoff. Nein, ich habe auch nicht gesteckt. Stoff gemacht. Behalten. Wo haben wir denn? Äh, Volker, das ist die Karte. Warte mal, ich sag dir die gleich. Und zwar habe ich, äh, Lebensspender. Du erhältst insgesamt 30 Gesundheitspunkte mehr. Das ist nicht Gesundheitspunkte. Ich habe ich auch. Ja. Oh, du weißt, Gesundheitspunkte jetzt plus. Also erstmal geht, was? Ist denn hier? Das hatte ich schon vorher gehabt. Gulisch, habe ich gehört. Ach, guck, die ich gesehen bin, ich weiß man nicht. Oh. Bekannt, Bauplan, Ultra-Leichtbaumarinerrüstung, Torbo. Geil, 30 Gesundheitspunkte mehr. Das müsste doch gut sein. Wo ist denn der Typ hier? Hindenken, wo ich bin. Aber war das nur einer? Ich hatte das Gefühl, es waren zwei, oder? Es waren zwei, ja. Es waren zwei, ja. Aber wo liegt denn der andere? Ich finde ihn nicht mehr. Einer liegt hier hinter dem Baum, da wo der Lexikart steht, liegt der. Okay. Und einer liegt hier vor der Freunde. Okay, okay, okay. Und jetzt ärgere ich mich. Und bei mir liegt er hier. Ah, okay, hier, hier. Alles klar, Dankeschön. Na, Moment, nein, das wäre nicht schlecht, wenn das klappt, das wäre genial, was ich jetzt gerade für die Karte mal ein bisschen aufpappen. Ja, warte, warte, Martin, bei mir liegt er auch woanders, hier. Bei mir ist er hier. Wo ist er? Okay. Einmal hier einer. Da ist er. Direkt, direkt, ja, du gehst gerade schon durch. Ja, okay, den sehe ich. Ja, wunderbar, den sehe ich. Und der andere? Der andere, da, wo du gerade durchgegangen bist, hier. Ja, den sehe ich eben nicht. Warte mal. Also ich sehe hier einen und das war's. Okay. Hier liegt bei mir einer und den anderen nicht. Keine Ahnung, wo ist er? Da ist er. Wieso kann ich die nicht? Nicht genügt gar nicht. Also es ist manchmal so ätzend, dass die an so ganz verschiedenen Orten sterren. Ja, ich spreng den ja auch gerade weg. Also bei mir liegt der Schiebensquatsch jetzt. Warte, hier, hier, warte, hier hinten irgendwo liegt er bei mir jetzt. Ah, warte mal. Ich habe hier, ja, ich habe hier, okay, hier ist er. Ja, ich habe ihn. Ich habe jetzt hierhin gebombt, hier hinten, wo ich jetzt stehe. Das, mach ruhig, das, brauche ich. Ich schieße mal wieder zurück zu euch, ja. Jetzt liegt er hier rüber. Das ist gut. Warte mal, warte mal, lass mal liegen, lass mal. Das ist gut. Wusstest? Wo ist es jetzt so schnell dunkel? Unglaublich. Nee, bei mir ist es nicht hier. Egal, passt schon. Das ist das. Ach so. So, Massenburgbank. Wirke, die Massenburgbank. Ja, ja. Genau. Ich bin so. Haben wir hier irgendwo was zum Kochen? Das hat keinen Zweck. Günstiger Wunderkleber. Ich muss noch mal einen machen. Holz saufen kann ich aber. Was macht ihr denn da? Sprengt ihr was Nettes? Der Schiebensquatch, der ist gerade total weggefunden bei mir und hat so an den Bäumen Ping-Pong. Das ist gut. Zwischen zwei Bäumen. Sehr gut. Ach, das ist ja schön. Die Physik ist wirklich geil. Ja, ja. Es schwebt wie eine Wolke davon. Auf jeden Fall interessant. Es gibt so ein Spiel, was mehr Spaß macht. Das ist Goat Simulator. So, Moment, ich bin gleich fertig. Wo ist er? Davon habe ich schon mal gehört. Ich habe es ja nicht gespielt, aber viele feiern das. Ist es wirklich so witzig? Na ja, es ist halt so ein physikalischer Spielplatz, wo man mit einer Ziege rumlaufen kann. Okay, klingt witzig. Muss ich mir mal bei Glingert anschauen. Habe ich mir nie angeschaut. Warte, Teil, Rang erhöhen. Habe ich eigentlich mittlerweile auf jeder Plattform gespielt. Auf der PS3, PS4. Echt? Das hat den ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe da oben nicht auf die Ziffern geguckt. Ich habe auf die Sterne geguckt und musste jetzt eben erst mal was ausrüsten. Und ja, aber letztendlich ist das Video auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich und möchte mich hier wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.